Was geht YouTube? Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 10 von dem Projekt in Fortnite Road to Pro. Dass der Sweezer dabei ist, das wisst ihr wahrscheinlich. Ich hoffe. Lass mal nach Junk Jugtsche fliegen. Einfach mal machen, Digga, komm. Alter, ja, okay, let's go. Einfach mal einmal was ausprobieren im Leben, weißt du, was ich meine? Ja. Dann haben wir vielleicht guten Loot, um dann hier Pleasure Park zu attraktieren. Ist aber so ein skurriler Ort, Digga. Schon skurril, ne? Ja, schon ein bisschen. Der geheime Mega-Loot. So wird das Video heißen, wenn wir jetzt guten Loot finden. Oh, hier vorne ist noch so ein kleines Dorf, Digga, aber da fliegen wir rüber, ne? Oder wollen wir das Dorf hier unten nehmen? Lass hier runter, weil da hinten gehen welche hin. Lass mal hier runter direkt. Ja, okay. Ja, wir hier mit sowas von... Wir werden am Ende so beide eine weiße Shotgun haben. Oder das blaue da oben, nämlich. Das könnte eine blaue AR sein. Das wäre natürlich schon mal stabil. Ja, ist eine blaue AR. Okay, ich würde sagen, das ist nice. Und ich habe bisher hier einen Jump Pad. Mehr nicht. Diese Munitionskisten immer. Histel habe ich auch. Hier ist eine Kiste. Wo ist die? Ich höre sie. Da drüben bei dir, glaube ich. Ich habe fast an Fallschaden gestorben. Ja, hier sind eine andere. Echt jetzt? Hier? Ja, ja. Digga, wer kommt denn hier hin? Ja, die anscheinend, Digga. Komm her. Das war wie mein Schock, wo ihr damals in Hameln einfach wart, Digga. Ich dachte, das kann auch keine Sau nach Hameln. Er ist hier in der Ecke. Nicht choken. Abhin. Ist er eliminiert, oder? Ne, ne. Wo ist denn der andere? Ich war im Haus, glaube ich. Ich bin echt one bullet. Ich gebe mir kurz den Trank. Ich glaube, der ist im Haus da auch direkt. Da muss oben im Haus irgendwo sein. Hast du ihn gesehen? Ja, ja. Oder ist der gleiche? Hier ist noch eine Shotgun. Warte mal, ich brauche auch eine grüne Shotgun, wäre schon nice. Aber du hast keine übrig, ne? Ah, doch, doch. Ich habe eine übrig. Ich weiß jetzt noch nicht, welche ich dir jobben soll. Ja, job mir einfach die schwächere. Ja, beide, ja. Von hier. Obwohl ich eigentlich, ja, scheiß drauf, Mann. Ist das nicht die Stärke? Ja, eigentlich schon, aber... Inventar kann man ja auch aufräumen. Muss ich mal... Achso, leg... Ah, so legt man das. War er jetzt wirklich alleine hier, oder was? Bin so gechockt. Ey, der ist hier mit Shotgun. Wow. Wo? Oh mein Gott, ich habe mich so zerstört. Digga, ich bin noch so im Menü, digga, und habe eine halbe Stunde gebraucht, um zwei Sachen im Etat zu vertauschen. Ey, Mann. Aber hier ist echt Jog-Loot, digga. Ja. Hast du Verbänder? Nee, oder? Nein. Ja, wie er hier hochgelaufen kommt, Mann. Ich bin nicht gesortet, digga. Kommt hier ein bisschen eigentlich Holz raus, ja, voll wenig. Das Ding ist, da könnten noch welche, da kommen noch welche von, die müssen jetzt schon los sprinten, digga. Ja, ich weiß. Aber die abfangen? Ja, können wir machen. Hier ist noch eine grüne Shotgun, dann die andere. Kannst du die gönnen? Oh, ich habe doch eine schon. Das Ding ist, die laufen... Ah, hier ist Medipack, jawohl. Die laufen hundertprozentig genau die Linie, die ich jetzt denen entgegenlaufe. Ja, warte, ich muss mir kurz erstmal Medipack hier geben. Oh, dann müssen wir aber real quick sprinten in die andere Richtung. Eigentlich ist es dumm. Ich guck einmal, ich peek einmal und dann real quick umdrehen. Jetzt hier die Kiste, Mann. Digga, wir müssen weg, ne? Ja, warte, ich muss... Oh, Gott. Oh, boah, das tut weh. Ich sehe hier auch keinen, Digga. Na komm, let's go. Oh, Gott, Digga. Wir haben nur eine Minute, guck mal, wie weit wir laufen müssen. Jetzt auch, warte. Ja, nein, die Zone fängt erst in einer Minute an und die ist so langsam. Okay. Warte mir, easy. Na, let's go. Let's go. Du kannst hier, du kannst den Titel schreiben, der flechteste Loot auf der Map. Ja, also Leute, kleiner Geheimtipp, immer schön. For Junk Juction. Aber man muss auch ein paar andere Orte mal ausprobieren. Man kann ja nicht immer dasselbe machen. Ja, Digga, es ist alles gut. Sag einfach. Ich habe so Spaß in diesem Game, ne? Boah. Ja, es bockt echt. Ja, ich kam hier nicht hoch. Aber da ist noch eine Kiste da hinten. Wie ist meine Cap so schräg eigentlich, Digga? So, okay. Warte, ich kann hier einen Schildi annehmen. Nee, warte, kannst du eh nicht nehmen. Ist das was Gutes? Nee, mein Bandagen zu... Ist die blau? Das ist eine MP. Ich meine, klar, ich hasse MPs auch, aber so schlimm ist es ja jetzt nicht. Doch, Digga. Sehr, sehr schlimm. Echt? Nee, nee. Warte mal. Ja. Ja, Digga. Oh man, da habe ich aber auch nichts zum Bauen. Alter, hinten Gegner auf O. Ja. Nur einer, oder? Na komm, schieß. 29, 29. Down. Alter, der andere ist da auf den Dings hier. Ich habe ihn eliminiert. Oh, ich bin One Bullet. Ey, Digga. Ich habe ihn zweimal 23 gegeben. Ich habe ihn. Down. Nice. Wir hätten erstmal auf den anderen schießen sollen. Also, alles Medipack. Besser geht es gar nicht. Ich habe null Leben verloren. Oh, das ist was goldenes. Da geht Marcelo natürlich gleich gucken. Oh, ist das eine Scar? Als ob. Doch. Ist es. Nice. Goldene Scar, Digga. Das gefällt mir. Und blaue Shotgun, Digga. Nein, ist perfekt. Boah, Digga. Oh mein Gott. Die Scar sieht so gut aus. Ich lasse das andere Sturmgewehr direkt fallen. Obwohl, besser als es nicht zu haben kam. Verbände. Ja, scheiß auf die Maschinenpistole, Alter. Hast du noch einen Trank übrig? Diesen Mini jetzt? Ja. Job den bitte. Ja. So. Das sind Gegner. Zwei Stück. Beim LKW. Ich sehe sie, ja. Ich schieße nicht, oder? Ich snipe mal kurz drauf. Wo laufen die hin? Mitte, da. Okay, lass ihn nachher laufen. Die Bauten sind hoch, die gehen hoch. Die sind auf der linken Lagerhalle. Die sind runtergesprungen links. Links, links, links. Was macht der? Hier, hier, warte. Ist die andere nach oben? Hier, ich habe ihn eingehittet. Da und der andere ist dahinter. Ja, ich sehe ihn. Der andere soll mal als Challenge, Digga, gegen die Scar. Da im Hattich. Er baut hoch, er baut hoch. Ja, baut du auch was. Warte, warte, oh mein Gott. Hab ihn. Ey, er ist one bullet, one bullet. Hab ihn. Let's go, Sweezy. Ich habe mir jetzt Tränke verloren. Manchmal choke ich noch echt, das war echt nicht gut von mir. Ich habe, weil ich so schnell nicht baue, weißt du? Ja, das ist das Problem. Du brauchst halt immer den Headlitch, Digga. Ich muss das mit dem Scuff Paddle mir angewöhnen, dass ich mit dem rechten Scuff Paddle baue. Lass mal da kurz, warte. Baust du mit dem Scuff Paddle auch, oder baust du mit Skrall? Äh, Scuff Paddle. So lustig. Ein Trank wäre echt gut, äh. Kraft ist für alles gut, Digga, ich sag ja. Wir sind echt stabil in Saison, warte mal. Können die von hier kommen? Da wurde auf jeden Fall was gebaut, da hinten. Wir sind gerade hier oben auf den Lagerhallen. Ja, wir sind halt absolut mitten in der Zone. Sie könnten von überall kommen, so. Wo ist denn die Treppe hier? Okay. Gegner, Jock. Ich weiß gerade, da sitzt jemand im Busch. Da leuchtet auf jeden Fall was im Busch. Oder ist das nur... Digga, was... Na, jetzt einer rauskommt, der schaut gar nicht, wird so lachen. Ja, deswegen, sie können halt echt von überall kommen. Ja, wir sind so in der Mitte. Deswegen ist mein Loot auch nicht so nah, ist das so... Ich hab blaue Air, blaue Air, blaue Shotgun, golden Sniper. Okay, ich hab golden Ska und blaue Shotgun. Eigentlich muss ich mich nicht beschweren, aber das Problem ist... Wir haben halt keine Tränke, das fang ein bisschen ab. Verbänder hab ich noch. Wenn auch das Jump Pad usen, irgendwo hinfliegen. Aber wohin? Ja, lass einfach kurz die Zone abwarten, noch sieben Sekunden, dann sehen wir, wo es hingeht. Wo die Reise hingeht? Genau. Ja. Okay, jetzt können wir hierbleiben. Eigentlich müssen wir nur... ...ab-aimen, so. Ich komm doch wieder aufs Dach. Ah, Gegner auf O. Die laufen aber, warte, ich schau mal, ob ich ihn snipen kann. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, ich hab keinen Schaden bekommen, warte. 60 Hit, er springt rum wie so ein Hase. Wie, was macht der... Ja, jetzt baut er sich was. Da hinten, ja. Ich hab nur... Ah, da ist der andere, da ist der andere. Ich hab nichts mehr zum Bauen. Er ist One Bullet, Digga. Ich hab ihm 4x36 gegeben, Digga. 4x36, ich kann nicht mehr. Warte mal, ich hab Stein. Ich bin so langsam im Bauen, das ist nicht mehr feierlich, Digga, wirklich. Irgendwie hab ich das Gefühl... Ah doch, die bauen sich weiter hoch. Ich baue hier alles mit der Mauer zu, jetzt. Ja, ja. Wir müssen halt aber gleich eben rufen, also in 20 Sekunden. Wir können halt eigentlich nur die Lagerhalle switchen, so. Die bauen sich so hoch, Digga. Aber die sind doch nicht mehr in der Zone, sind die behindert? Ja, wir können die auch noch sterben lassen. Dann lass einfach erstmal kurz rüberlaufen, also auf die andere Lagerhalle. Das gleiche wieder aufbauen, oder? Ja. Zwei nach links, oder wie weit? Ne, nur einer. Komm rein. Aber echt weh, sehr wenig zum Bauen. Schön. Ah, die sind runtergeschwungen, die laufen. Äh, 90, 90 Hits. Boah, ich hab mir nicht... Digga, dem einen hab ich so viel Hits gegeben schon. Ja, ich auch. Der eine schluckt so heftig viel. Wie viel Tränke haben die denn bitte? Und wir haben gar keinen, Digga. Ich hasse sowas. Ja, wir sehen die niemals jetzt. Ah, doch, da hinten. Oh, wo ist der andere? Ach, fuck off, Digga. Oh mein Gott, ich hab ihn sogar noch gehittet. Warte, lass gucken, ob noch andere Gegner von irgendwo kommen. Ich hab hier die noch eine andere Treppe gebaut. Okay, komm. Doch, die bauen sich da hinten wieder was? So ein... Digga, das Leben nur noch acht, ne? Ja. Wie killst du? Ja, die bauen sich. Äh, fünf. Oha, die Maschine. Let's go. Bleiben die auf uns? Ich weiß es nicht. Zeig ich auf jeden Fall. Bleib nie stehen, Digga. Da hinten ist ein Ballon gedroppt, recht. Da sind zwei Ballons gedroppt, ich bin da. Wo? Links und recht. Ja. Was ich grad gucke ist, ob ich sicher... Ja, wir müssen... Bitte, Zone kommt zu uns, Digga, bitte. Aber das ist echt... Ah, da hinten Gegner. Warte. Oh. Ah, fuck off, Digga. Hast du noch AR-Munition? Äh, 130. Schau mal bitte was. Kann ich meine Fernrohr-AR benutzen? Ähm, ja, wir müssen halt move'n, so warte. Da ist halt gar nichts da. Wir könnten rechts auf den Berg so hingehen, weißt du? Da ganz oben. Wir müssen ja nicht ganz hoch, aber... Oder wir gehen halt... Warte. Da hinten sind die da... Die laufen da grad bei SO. Da ganz hinten. Ja, ich seh's. Ja, wir können die pushen, oder? Oh mein Gott, Digga, ich dachte, ich wäre runtergefahren. Aber... Ja, eh raus. Laufen wir in die Richtung hier, oder? Wir kommen hier runter, Digga. Wo ist die Teufel? Komm zu mir. Weil echt wenig Material, Digga. Ich muss irgendwas kurz nicht bau da hinten. Ich hab halt noch 400 Holz, ne? Ich kann die einfach droppen. Komm her. Hier, 200 Holz legen hier. Okay, perfekt. Das wollen wir da oben zu diesem Schützenhaus gehen. Hm, ja, wir könnten schon auf den Berg gehen eigentlich. Ah, ja, Gegner auf S, da unten. Siehst du die? Ah, dahinter, hinter diesem Gebäude da. Die ballern sich ab. Ah, ja. Ah, warte, warte. Wollen wir hochbauen? Ja, das hoch. Aber ich... Ich baue uns safety first hier außenrum lang. Noch höher? Oder... Ja, doch. Ja, let's go beginvention-dent schon. Müssen wir, wegen der Zone. Ich geh mal kurz hier den Baum noch. Ich hab noch Material. Ich baue eh wie ein Huren. Ja, sicher, sicher. Wir haben eigentlich echt so eine Powerposition. Von oben ist echt... Und auf uns? Der Raketenwerfer. Wo fliegt... An der? Unten, unten. Rechts, rechts irgendwo. Irgendwo von rechts kamen die Raketenwerfer-Schüsse. Ich baue hier mal kurz ein bisschen Ding ins hin. Und wo kamen die Schüsse jetzt da rechts? Ah, da hinten. Marcel, komm mal her. Warte, ich baue... Ah, da unten. Ja, warte. Rechts von dem Baum da auf 210 sind Gegner. Ja, da ganz hinten, ja. Da ganz hinten, bei dem Busch. Wo, wo, wo? Genau. Der läuft aus der Zone raus, der Typ. Der will seinen Kollegen wieder beleben. Echt, schau, ob du es nalb. Hör auf. Da kommst du in die Zone, da unten. Ich seh ihn halt nicht wegen dem Baum. Warte, ich geh ein Stock da kurz tief und komm dann gleich wieder weiter. Ich hab doch hier schon Dinge. So, ich hoffe, wir ziehen gerade auf unterschiedliche Ehe. Ne, ich glaub nicht. Da unten, oder? Bleib kurz oben. Ich bin nur ein Stock tiefer. Ja, wo sind's ihr denn? Aus der Zone hier unten ist einer. Hier ganz um den Baum, ne? Genau es. Hinter dem riesigen Baum unten. Ja, da. Da sind Gegner. Ja, da ist er aus. Baut doch gerade was. Siehst du's nicht? Ah, da hinten, Digga. Ja. Ich mein hier rechts direkt, ganz rechts, Digga, von uns. Wo ich ungefähr stehe. Ich hab meine Munition schon wieder leer, ne? Das ist das Problem. Warte, ich komm wieder hoch. Hast du noch einen? Du kannst eh wieder runterkommen in der Zone. Ja, ich hab 95, so. Wo geht man am besten runter? Hier. Gott, ey, warte. Warte, ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn gekillt. Let's go, Digga. Er ist down. Er hat auf dich gekillt. Welcher denn? Welcher denn? Der in dem Turm? Ja, genau. Der war alleine. Wo ist der hier unten? Ey, hier unten, Marcel, komm bitte her. Warte mal, ich hab hier was. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Er ist hier unten. Wo denn? Er ist hier unten rechts, ne? Komm mal her, komm mal her. Eins noch runtergehen. Direkt unter uns irgendwo, aber gehen... Nein, Digga, ich... Oh Gott. Ich lebe noch. Ist er unten rechts, ja, ne? Ich hab ihn gut gehittet. Ich bin hinter ihm. Da unten, da unten. Warte, wo ist er denn? Da unten, direkt in der Ecke. Nein, er hat mich, Marcel, bitte hol ihn. Hab ihn. Okay, warte, ich komm... Ne, bau dich hoch, du musst dich schnell hochbauen, schnell. Bau dich schnell hoch, bitte. Ich darf nicht runter, weil dann bin ich direkt da. Ich weiß nicht, warte, ich muss jetzt genau das erste Mal im Leben gut bauen, Digga. Die Zone kommt gleich. Oh mein Gott, warte. Bau weiter nach links. Boah, das wird so knapp. Hast du Medipack? Nee, oder? Ich hab halt nur ein paar Bänder. Warte. Digga, wohin läufst du? Komm zu mir. Ach, muss ich nicht hier? Warte mal, wo bist du denn jetzt? Ja, Digga, ich bin... Ich schaff das, glaub ich nicht. Wo bist du denn jetzt? Ja, hier, bei der... Digga, eins runter. Nach da, warte. Oh, schnell, Digga. Warte, ich muss alleine, glaub ich, machen. Nein, du kannst mich eigentlich easy holen, ich mein's ernst. Ich hab nur 90 Leben, ne? Warte. Ja, egal. Ja, was heißt eins runter? Ach, da. Hier, Digga. Ja, warte. Willebb mich wieder. Scheiß auf die Zone, du schaffen hast. Oh Gott, ich... Willebb mich... Die zieht nicht so viel, oder? Doch, die zieht absolut so viel. Die zieht sieben, Digga. Ja, das war's. Ja, wir müssen aber nicht viel laufen, wir müssen nicht viel laufen, tschö. Doch, ich schaff's nicht, ja. Ja, ich schaff's nicht hoch, Digga, ne? Ja, ich hätte's alleine machen sollen. Ey, wir hätten... Wieso holt er mich? Ja, weil ich zu spät war. Digga, das ist so belastet, dass wir nicht gewonnen haben, ne? Ja, wir hätten das easy geholt. Ich mein, er hat's easy einfach. Oh mein. Digga, das war so choked, ne? Digga, das Ding ist da unten, ich hab ihn perfekt ganze Zeit gehittet, aber er hat halt 100 Schild gehabt und dann hat er mich irgendwie noch geholt, der Spatten, Alter. Mein Gott. Ich hatte 2000 Schuss insgesamt, ne? Ich hätte... Ich hatte 1000 Schuss in jeder AR. Lol. Ich hätte es alleine schaffen können. Ja, Digga, es waren ja nur noch zwei, nur noch ein Team, ein Zweierteam. Und wären wir beide am Leben, hätten wir das easy geholt, aber nein, der Hurensohn muss ich mich ja irgendwie noch holen. Ja, das war dumm von mir, weil ich bin zu langsam gelaufen. Ist doch, Digga, egal. Na gut, Leute, das war knapp am Sieg. Ich würd sagen, in der nächsten Folge klappt es dann bestimmt. Lasst auf jeden Fall ein Like da, checkt zu Ihres Kanal ab, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.